Und im Fokus steht einmal mehr er, Björn Höcke. Nachdem in der AfD ein ganzer Flügel benannt ist. Bezeichnend die Demonstration in Chemnitz im September. Höcke gemeinsam mit Rechtsextremen von Pegida und Identitärer Bewegung. Muss unsere Verfassung vor ihnen geschützt werden? Der neue Präsident des Verfassungsschutzes kommt zu einer klaren Bewertung des in der Partei mächtigen Höcke-Flügels. Flügelvertreter wenden sich auch gegen das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip. Demokratische Entscheidungen werden nur akzeptiert, wenn sie zur Umsetzung der durch den Flügel vertretenen ideologischen Vorgaben führen. Diese Vorgaben sollen mittels der AfD implementiert werden. Im Falle des Scheiterns der AfD werden revolutionäre Mittel angedeutet. Für diesen Fall gelte, Zitat, danach kommt nur noch Helm auf. Offener Rassismus, Missachtung der Menschenwürde. Auch die Jugendorganisation Junge Alternative steht zukünftig offiziell unter Verdacht. Anders steht es um die AfD als Ganzes. Die ist nur ein Prüffall. Und das ist der Unterschied. Im Prüffall hat der Verfassungsschutz Zugriff auf öffentliche Äußerungen, zum Teil auch auf Informationen von Behörden. Was nicht geht, ist Observation, Abhören oder der Einsatz von V-Männern. Im Verdachtsfall also bei Flügel und Junge Alternative gehen öffentliche Äußerungen, Informationen von Behörden plus Observationen, aber auch nicht das Abhören oder der Einsatz von V-Männern. Also Entwarnung für die Partei als Ganzes? Auch die Einstufung als Prüffall ist von Bedeutung. Dem WFV liegen erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Politik der AfD vor. Diese sind aber nicht hinreichend verdichtet, um eine Beobachtung auch unter Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln einzuleiten. Was sich im Laufe der Prüfung durchaus ändern kann. Entsprechend hoch war heute der Gesprächsbedarf bei der AfD. Kurz nach dem Verfassungsschutz lud auch die AfD-Spitze zur Pressekonferenz. Tenor, der neue Verfassungsschutzchef, lasse sich politisch instrumentalisieren. Mit Herrn Maaßen wäre diese Entscheidung überhaupt gar nicht möglich gewesen. Darum musste er gehen. Darum wurden Hetzjagden konstruiert. Und jetzt haben wir diese Entscheidung. Wir halten diese Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes für falsch. Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen. Auch das ist völlig klar. Aber auch der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz kam offenbar zu einer anderen Einschätzung. Auch NRW hat Informationen zugeliefert. Wir haben auch in sowohl Äußerungen von einzelnen Politikern Hinweise darauf, dass hier extremistische Bestrebungen oder Äußerungen festzustellen sind. Was die jetzt intensivere Prüfung ergibt, das wird sich wohl erst in ein paar Monaten herausstellen. Vielen Dank.